Moin zusammen, Freunde. Ich grüße euch zu diesem Video. Wenn ihr neu seid, kritischen Content mögt, unbedingt ein Abo da lassen. Danke dafür an der Stelle. Wir legen direkt los. Der eine oder andere wird es mitbekommen haben. Fokus hat jetzt mittlerweile auch darüber berichtet. Habeck-Ministerium macht sich mit Rentenaussage zum Gespött, schreiben Sie. Und wir gucken uns dazu den Tweet an, der wirklich tatsächlich abgesetzt wurde vom Bundeswirtschaftsministerium. Kannst du dir nicht mehr ausdenken. Also entweder diese Leute, die dort angestellt, beamtet sind, sind genauso fernab unserer Realität, in der wir uns befinden. Oder sie haben so wirklich keine Ahnung. Sie haben wirklich keine Ahnung. Ich kann es, ich weiß es nicht. Schreibt mal eure Meinung unten rein. Es geht hier um das nämlich. Zitat. Wir sind eine starke Volkswirtschaft, wird hier Habeck zitiert. Ja, ja. Mehr oder weniger. Eher weniger in letzter Zeit. Wir können Menschen und Unternehmen gezielt unterstützen. Ja, Herr Habeck, da sage ich ganz klar zu. Warum müssen denn Menschen und Unternehmen in diesem Land unterstützt werden? Weil der Staat so raffgierig ist, anstatt die Bürger so zu entlasten, indem man ihnen einfach weniger wegnimmt. Dann braucht man keine Unterstützungsleistungen, wie das im Sozialstaat offensichtlich der Fall ist. Ganz schlimme Entwicklung. Wir können die Krise stemmen. Ja, natürlich. Und wer ist mit wir gemeint? Genau. Das arbeitende Volk, die Mittelschicht Deutschlands. Bestimmt nicht die Spitzenverdiener, bestimmt nicht die Politiker und sonstige Kandidaten. So, und dann kommt aber hier eine Renate Apfeltaler mit zahlreichen Likes um die Ecke. Hat geschrieben, Zitat. Herr Habeck, Sie kennen anscheinend nicht die Wirtschaftsdaten. Deutschland ist im internationalen Vergleich weit abgerauscht. Wir haben die schlechtesten Renten, Schulen und Infrastruktur sind marode. Und die Verschuldung nimmt immer mehr zu. Und da stimme ich der Renate zu. Da spricht sie nämlich genau sehr gute Kritikpunkte an. Aber das Bundeswirtschaftsministerium weiß es offensichtlich besser. Und da schreibt hier, ich würde es nicht glauben, wenn dieser Tweet gelöscht wäre. Das ist mal wieder so unglaublich dreist. Zitat und ein Faustschlag ins Gesicht für jeden Rentner in diesem Land. Jetzt kommt's. Das stimmt nicht. Die deutsche Wirtschaft ist stabil. Das deutsche Rentenniveau eines der höchsten in der Welt. Und die deutsche Verschuldung im Vergleich geringer. Okay, ich habe da mal was vorbereitet. Wir machen das ganz offiziell. Wir gucken uns an. Es sind ja drei Aussagen, die hier drin sind. Wirtschaft ist stabil. Deutsche Rentenniveau ist eines der höchsten im Vergleich. Und die deutsche Verschuldung im Vergleich sei geringer. Okay, wir beginnen mit Punkt 1, der Rente. Wir sind hier einmal beim Block der Union Investment. Die haben hier offizielle OECD-Zahlen zugute gezogen. Die kann man sich runterladen. Die kann man sich ganz genau angucken. Wir gucken ein paar Daten dafür an. Und da sehen wir hier eine schöne gemachte Grafik. Das ist das Rentenniveau in Europa. Und so viel Rente in Prozent vom letzten Nettolohn. Das heißt, hast du 1000 Euro verdient, bekommst du x Prozent. Deutschland 51,9 Prozent. Hier, ihr findet es weit unten in der Liste. 51,9 Prozent. Andererseits, bei Steuern und Abgaben findet ihr Deutschland immer ganz weit oben. Entweder Platz 1 oder Platz 2. Nur nebenbei gesagt. Türkei 93,8 Prozent. Italien 91,8 Prozent. Österreich 89,9 Prozent. Und es kursieren unterschiedliche Daten und auch Informationen über diese. Das will ich euch nicht verheimlichen, keine Frage. Deswegen gucken wir gerne auch nochmal in eine andere Quelle. In den Fokusbericht, den nämlich auch auf die OECD referenzieren. Und sagen hier in Österreich, Spanien oder Italien bekommen die Menschen mehr als 80 Prozent ihres letzten Lohns ausgezahlt. Aber das Ganze geht ja noch weiter, Leute. Es ist ja nicht nur die Rente, sondern auch das Renteneintrittsalter. Und wie lange man wirklich Lebensarbeitszeit in diesem Land hier erbringen muss. Und da sehen wir, dass hier Deutschland bei 39,1 Jahren ist. Und damit, es sieht nach dem Durchschnitt aus. Ja, mag man jetzt so interpretieren. Sehen wir, hier sind wir relativ mittig. Und sehen wir zum Beispiel in Island, da muss man länger arbeiten. Schweiz und so weiter, Schweden. Aber wo arbeitet man deutlich kürzer? Türkei, Irland, Zypern, Lettenland, Litauen, Österreich, Portugal, Finnland. Die üblichen Verdächtigen. In der Erhebung fehlen aber zahlreiche Länder. Wir sehen ja, dass weniger Länder hier aufgeführt sind. So zum Beispiel in Italien. Würde mich auch mal interessieren, wie es dort mit der Lebensarbeit aussieht. Also dementsprechend, denke ich, kann man hier sagen, deutsches Rentenniveau, eines der höchsten in der Welt, ist definitiv eine falsche Aussage. Und das von einer offiziellen Behörde in Deutschland. Dass so etwas hier passiert, finde ich unfassbar. Ihr könnt eure Wahrnehmung gerne dazu unten reinschreiben. Aber dann wurde ja noch eine zweite Aussage gemacht. Und eine zweite Aussage ist hier zum Beispiel, die deutsche Verschuldung im Vergleich wäre geringer. Okay, dann gucken wir doch mal nach. Ich habe mir hier die offiziellen Daten bei Statista mal reingezogen. Europäische Union, wurde ja als Ganzes erstmal gesehen, und dann die Staatsverschuldung in den Mitgliedstaaten. Im Quartal 2022, im ersten Quartal. Also ganz aktuell. Aktueller geht es ja gar nicht. Und ich denke doch mal, dass in den Behörden auch ein Zugang für Statista da ist. Man braucht noch nicht mal einen Premium-Account. Sollten doch eigentlich bekannt sein. Wir gucken hier mal. Also Eurozone und so weiter lassen wir jetzt mal weg. EU, wir gucken auf die Länder selbst. Frankreich hat hier wirklich die höchste Staatsverschuldung mit 2,9 Billionen müssten es sein. Genau, das sind ja 2.901 Milliarden Euro. So, Italien, 2.755. Deutschland, ach, surprise, surprise. Deutschland auf Platz 3. Wie kann denn das sein? Mit 2.482. Spanien, Belgien, Niederlande und so weiter. Ach, Moment. Was ist denn hier so neblig? Muss man hier vielleicht auf Statistik klicken? Oh, surprise, surprise. Sind etwa diese ganzen Länder alle weniger staatsverschuldet als Deutschland? Nein. Das kann doch nur ein Verschwörungstheoretiker sagen, so etwas. Sag mal, Leute. Das sind öffentlich zugängliche Informationen und Daten, die jeder durch ein bisschen googeln, recherchieren kann, sich ganz genau anguckt. Und dann, wenn man eins und eins zusammenrechnen kann, kein Problem damit haben sollte, um zu verstehen, dass das hier absoluter Nonsens ist. Das haut doch hinten und vorne nicht hin. Aber es wurde auch noch eine dritte Aussage hier getroffen. Die deutsche Wirtschaft ist stabil. Und es gibt natürlich in Deutschland so üblich eine Definition für das Ganze. Hier haben wir das Ganze nämlich. Und das ist das Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft. Und wir sind hier ganz offiziell bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Und dann heißt es hier nämlich, die Kurzbezeichnung für das 1967 in Kraft getretene Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft, nachdem Bund und Länder bei ihrer Wirtschaftspolitik die Bedingungen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht zu berücksichtigen haben. Also langes Geplänkel, es geht um Zahlen. So, und jetzt kommt es aber. Um welche Zahlen geht es? Und hier spricht man auch von dem magischen Viereck. Ziele der staatlichen Wirtschaftspolitik nach dem Stabilitätsgesetz sind Stabilität des Preisniveaus. Leute, erster Punkt, denke ich, können wir einen ganz fetten, fetten Haken machen oder durchstreichen, wegächsen, sonst was machen. Bei einer Inflation, die offiziell im Siebenkommabereich ist, kann man schon nicht von einem Stabilität des Preisniveaus sprechen. Und schon mal gar nicht, wenn man sich die reale Inflation einfach anguckt, wenn du zum Supermarkt gehst und machst einen Einkauf und überlegst, was hast du im letzten Jahr für einen ähnlichen Warenkorb bezahlt. Dann ist das deine persönliche Inflation. So, das ist der erste Punkt. Zweitens, hoher Beschäftigungsgrad, Klammern, Vollbeschäftigung. Ist es nicht so, dass wir immer mehr Arbeitslose in diesem Land haben? Ich frage für einen Freund, vielleicht könnte hier der Punkt 2 ebenfalls erfüllt sein. Dritter Punkt, außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Ist das vorhanden? Ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht bei der aktuellen Energiesituation, wo es deutlich schwieriger ist für Deutschland, die Sachen zu exportieren, weil sie einfach zu teuer in der Produktion sind? Ich wage es mal zu bezweifeln. Weiterer Punkt, so wie stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum. Und dazu gucken wir jetzt hier auch nochmal beim Statistischen Bundesamt vorbei. Und das Wirtschaftswachstum ist aktuell bei 0,0%. Also wir haben keine Steigerung, aber wir haben auch keine Senkung hier. Und das ist doch ganz interessant, dass dann auf der anderen Seite, und ich habe diese vier Punkte des magischen Vierecks ja gerade eben aufgezählt, hier trotz dessen behauptet wird tatsächlich, dass hier alles so rosig und so toll läuft. Das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken. Und da frage ich gerne in die Runde, wollen die uns komplett über den Tisch ziehen? Wollen die uns einfach nur auslachen jetzt hinter ihren Schreibtischen? Oder was ist da los? Ist das schiere Unwissenheit? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, Freunde, also man sieht doch einfach, finanzielle Intelligenz ist offensichtlich noch nicht mal in den Behörden vorhanden. Oder es wird bewusst irgendetwas erzählt, was nachweislich nicht korrekt ist. Und das könnt ihr in eurer Wertung gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Das interessiert mich natürlich. Weiterhin interessiert mich natürlich, wie ihr sowas überhaupt findet, wenn so etwas gepostet wird, wenn betroffene Rentner in diesem Fall zuschauen. Ich weiß, einige sind von euch Rentner, die zugucken. Und das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Wie kann man denn? Also ich wiederhole mich, ich finde es unfassbar. Aber einen Punkt habe ich hier in einem Video noch. Bezüglich meinem Video von gestern habe ich ein Video hochgeladen, Abhängigkeit vom Staat. Und das Bürgergeld ist meiner Meinung nach die nächste Stufe, die dorthin führt. Und man sollte dort mit höllisch aufpassen einfach, sich in solch eine Abhängigkeit vom Staat zu geben. Ich habe teilweise böse Kommentare bekommen, muss ich wirklich sagen. Durchweg sehr positiv, aber ein paar waren negativ. So zum Beispiel A und T schreibt nämlich hier, Du stellst Arbeitslose als faul hin, fragst, warum du nicht so eine Unterstützung bekommst. Hartz IV ist sehr wenig Menschen, die gerne arbeiten würden, umschulen möchten, gibt es zuhauf und so weiter. Wenn ich mich in dem Video wirklich so böse klingend oder sonst wie gegen Hartz-IV-Empfänger ausgedrückt habe, dann möchte ich mich an der Stelle hier aufrichtig bei euch entschuldigen. Damit habe ich kein Problem. Ihr wisst, dass ich so etwas gerne aus Überzeugung auch mache. Allerdings, es gibt diese Menschen. Von mir aus sind das ein kleinerer prozentualer Anteil. Aber ich habe einfach das Gefühl, was man aus dem Freundesbekanntenkreis und auch aus dem Arbeitgeberkreis von anderen Selbstständigen mitbekommt, dass das immer mehr werden. Ich möchte hier nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt davon mehr, als ihr denkt, glaube ich einfach. Dementsprechend das noch nicht als Rechtfertigung oder ähnliches, aber als Erläuterung dazu, wieso ich zu dieser Meinung in dem Video gekommen bin. Ja, schreibt mal eure Meinung in der Situation rein. Ich bin raus. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal unbedingt, wenn ihr neu seid. Danke und ciao.